Hallo lieber Michael, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Klein Marketing Consulting. Wir arbeiten ja jetzt schon seit knapp fünf Jahren zusammen und in der Zusammenarbeit einfach mal die Frage an dich. Zusammenfassend, welches sind die drei größten Werte, die du in der Zusammenarbeit mit Thomas Klein Consulting siehst? Also das Wichtige oder das Gesamte, was den großen Unterschied ausmacht, ist, dass es erstmal individuell ist, insbesondere halt auch das ganze Feedback individuell. Also für mich ist halt Thomas Klein so ein wichtiger Sparing-Partner, der eben auch individuell auf die jeweiligen Kunden eingeht. Also ich habe davor mit ein paar anderen Agenturen auch gearbeitet, die halt sehr stark versuchen, ein standardisiertes Produkt rauszuhauen. Und das ist dann klar, funktioniert bei manchen, aber ist es sehr schwierig, wenn man an einer Stelle ist, wo man eben mehr Feedback, mehr Rückfluss an Informationen, Input braucht, dann können die das halt nicht leisten. Das ist halt so der wichtigste Punkt, dass es halt individuell zugeschnitten ist und wir haben auch im Laufe der Zusammenarbeit auch so die Modalitäten öfter mal halt angepasst, je nachdem, wie es halt bei mir auch gerade gepasst hat. Und du hast auch immer deine eigenen Ideen eingebracht und das war halt so der Punkt, was mir halt wichtig ist als kleineres Unternehmen, dass man da halt auch das Feedback bekommt. Und das ist halt so der eine, das Individuelle. Das Zweite ist halt auch wirklich Feedback, die dritte Person oder die Augen von außen, die mal so drauf schauen und halt so Feedback geben, wie halt so das sich im Verhältnis auch zu Mitbewerbern oder du kennst den Markt ja auch ziemlich gut halt, wie sich das so darstellt. Das ist so das Zweite, dass man halt vertrauensvoll halt auch eine ehrliche Anleitung bekommt, in welche Richtung das Ganze Sinn macht oder was halt weniger Sinn macht. Und dann halt logischerweise eigentlich das, was beim Marketing natürlich die Kernarbeit ist, wirklich Kunden anrufen, Termine ausmachen, Content überlegen und bereitstellen, um halt auch wirklich das Marketing dann an sich voranzutreiben. Das ist ein großer Block und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber die anderen beiden Punkte sind, finde ich, für die Ausrichtung von dem Unternehmen, gerade wenn es noch so in der Findungsphase, aber in der Transferphase vielleicht ist, ist es äußerst wertvoll. Wo siehst du den größten Unterschied, den größten Vorteil in der Generierung von Neukunden oder Neukundenterminen oder Opportunities, Sales Opportunities direkt im Markt, also mit teilweise großen Mittelständlern, die mehrere hundert Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Euro Umsatz machen, im Gegensatz zu Jobs, abarbeiten über Vermittler, was sich manchmal vielleicht auch nicht vermeiden lässt, wenn man noch auf einer gewissen Umsatzgröße ist. Also es gibt ja immer wieder viele Freelancer, die quasi noch überhaupt gar keine Mitarbeiter haben. Da bist ja du schon längst drüber hinaus. Aber wir sind jetzt bei dir schon mittlerweile seit, gibt es das vierte Jahr oder so, wo du schon Mitarbeiter hast? Oder wie viele Jahre? Schon länger, ja. Und der Vorteil liegt letztendlich auf der Hand. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen. Und was für dich so der größte Mehrwert ist in der Zusammenarbeit, überhaupt mal in der Lage, sich zu befinden, überhaupt mal Sprache zu besetzen, überhaupt mal diese Termine überhaupt generieren zu können in einem Umfeld, wo vielleicht jetzt auch nicht ganz so straightforward, ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich auf irgendwelche Standardprodukte spezialisiert hat, ja, wo es ja letztendlich dann, ja, ich hole mir, sagen wir mal, von irgendeinem Channelpartner oder Zielgruppenbesitzpartner, ja, einfach die Liste von 17.000 Firmen, die alle irgendwie Microsoft Navision im Einsatz haben oder sowas und ich, und meine Firma baut halt da ein Add-on, ja. Dann habe ich zumindest schon mal Firmen, die, wo ich schon mal, bevor ich überhaupt die angerufen habe, schon weiß, okay, die brauchen das sowieso. Oder im SAP-Bereich ist ja teilweise Zwangs-, wie soll ich sagen, Produkte, die sozusagen zwangsverkauft werden an den Kunden, ja, also mal ganz banal gesagt, das ist ja in der individuellen Software eher weniger. Wo siehst du da den größten Mehrwert im Netz-Normalbild mit Thomas Klein, Consulting, Marketing-Consulting-Services, genau. Also für mich ein ganz wichtiger Punkt, das trifft wahrscheinlich nicht auf jeden zu, also das ist so ein individuelles Ding, aber da gibt es bestimmt auch welche andere, die das auch betrifft, ist also, dass ich meine Leistungen nicht als eine kommoditische Leistung ansehe. Das ist halt, wenn du mit Vermittlern, Agenturen, die das in Massen halt machen, an große Kunden das standardmäßig raushauen, also man sieht es ja an den Ausschreibungen, da wird dann erstmal geschaut, wie viele Jahre Erfahrung hat er da drin, da ist eigentlich platt gesagt total egal, wie gut der da drin ist, Hauptsache er kann irgendwie Projekte nachweisen, die diese Jahre Erfahrung rechtfertigen. Da wird das Ganze alles sehr stark standardisiert und versucht über die Standardisierung halt da die Masse dann durchzuknüpfen, ja, wie du es nennen magst. Das mag für den Entwickler, der jetzt als Freelancer sich sagt, okay, ich war früher Java, mache jetzt Kotlin, da bin ich zufrieden damit, ich will meine grob mal 45 Stunden die Woche irgendwie, also 40 für den Kunden und dann noch 5 Organisationen oder sowas arbeiten und ich bin damit eigentlich ganz happy. Für den ist es eigentlich gar kein so schlechtes Modell, weil wenn der da in diesem Commodity-Bereich die richtigen Parameter entsprechend hoch angesetzt hat, dann schwimmt der da ja auch ganz gut oben auf. Für mich ist es ein bisschen anders und ich glaube, da gibt es auch viele, die eben nicht in diesem Commodity-Bereich wollen. Da geht es dann eher so, ja, den Vollblut-Informatiker, der den halt irgendwie komplett interessiert, wie setze ich so ein System auf, der halt den 2-3 Meter weiterdenkt. Sowas kann ich nicht anhand von irgendwelchen Jahren Berufserfahrung in einer bestimmten Technologie runterbrechen. Ich kann es vielleicht noch so ein bisschen an der Projekterfahrung erkennen. Es ist sehr, sehr viel, wirklich persönlich mit dem Kunden zu reden, das Vertrauen aufzubauen, mit den Fachabteilungen auch zu reden, nicht nur mit den Einkaufsabteilungen, weil die dann vielleicht verstehen, was man da eben bieten kann, wo da die Vorteile sind, dass man eben sie da abholt, wo sie stehen, mitdenkt, auf der kompletten Strecke vom Projekt eigene Vorschläge einbringt und es eben nicht auf diesen kleinen Radius, der eben mit dieser Commodity-Lösung letztendlich limitiert ist, dass man sich da eben über diesen Tellerrand schaut. Und dafür braucht man dann eben auch diese konkreten Termine mit den Kunden, auch Kunden, die vielleicht gar nicht mal an Agenturen drangehen. Die sind eigentlich auch fast die Spannenderen, weil die eben dann noch nicht so, würde ich sagen, versaut sind von dem, was sie da halt so normalerweise vorgesetzt bekommen, sondern die halt auch wirklich noch so einen individuellen Bedarf haben und für die man auch dann eben so seine Leistung dann auch eben entsprechend individuell auch gestalten kann. Nächste Frage. Es gibt ja ganz viele, also ich glaube, es gab einen extremen Hype, sagen wir mal seit fünf, sechs, sieben Jahren, kam aus den USA, also sogenannte Coaching- und Consulting-Programme. Es gibt einige große, die sind ja übrig geblieben, haben auch sehr gutes Geld verdient. Teilweise, ja, ich habe mich ja quasi, meine Firma Coaching- und Consulting-Services, die ja tatsächlich so heißt, ja, es gibt es halt offiziell seit 2016, davor war ich auch schon zugegen, ja, und komischerweise genau seit dem Zeitraum 2016, 17, 18 sind auch diese anderen komischen Firmen alle entstanden, die auch teilweise sehr reich geworden sind, aber das ist nicht immer ein ausschlaggebend, also ich sage mal das gutes Beispiel, McDonalds ist auch sehr reich und mächtig, ja, bieten die unbedingt the best quality food, ja, ist es unbedingt ratsam, dort essen zu gehen, weiß ich nicht, ja, also nur weil eine Firma reich und mächtig geworden ist oder sehr viel Umsatz macht, hat es immer noch wirklich kein, es ist kein Garant dafür, dass die Produkte oder die Sachen, die du dort einkaufen kannst, auch qualitativ hochwertig sind, ne, also es kann sein, muss aber nicht sein, ja, weil ja viele damit werben, okay, ja, wir machen acht Schläge Umsätze im Jahr, ja, wir sind die Besten, die Nummer eins, Coaching und Consulting, Firmen und so weiter, was aber da sehr, einer der Grundbausteine, dass die überhaupt so groß und so schnell gewachsen sind, ist halt die Skalierung einer Coaching-Dienstleistung über sogenannten Gruppen-Live-Calls, das ist sozusagen eigentlich der essentielle Kern des Ganzen, das sind Gruppen-Live-Calls, was das bedeutet, im Klartext, wenn ich mich jetzt mit dir zusammen Kunde zusammensetze und ich gebe dir ein Coaching oder ich gebe dir Ratschläge oder wir gehen sogar gemeinsam mit einem Kundentermin oder sogar vor Ort Besuch, habe ich alles schon gemacht, dann ist das im Endeffekt ja sehr individuell, ne, also ich tausche quasi Zeit für Geld und die legen halt das Zeit für Geld tauschen ab, werden dadurch sehr schnell reich, aber alles hat seinen Preis, der Preis dafür bezahlt das nicht in meinen Augen, also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber diejenigen, die das Programm sich dort einkaufen und wir reden hier nicht nur vom billigen Programm, wir reden hier teilweise auch vom Programm, die fünfstellige Summen kosten und selbst das sind dann wieder auch wieder Live-Gruppen-Calls, da sitzen dann quasi dann 20, manchmal 100 Leute drin, die jeweils 36.000 Euro oder teilweise 120.000 Euro sogenannte Mastermind-Gebühren sich eingekauft haben und vielleicht gibt es ja auch Vorteile, aber einfach mal deine aus Kundensicht, das sind ja theoretisch auch Programme, die du machen, genießen könntest in Anführungsstrichen, ja, also ich würde es nicht wirklich als Mitbewerber sehen, aber Marktbegleiter in irgendeiner Art und Weise, aber wo siehst du da jetzt mal wirklich ganz neutral, ungeachtet von dem, was ich sage, meine tue, ja, dort die Nach- oder Vorteile solcher Programme, also du wirst jetzt quasi da drin sitzen, als Hochkaräter-Software-Entwickler in einem Gruppen-Call mit 20 anderen Software-Entwicklern, ja, mal angenommen, ich biete dir sowas auch an, ja, und dort darf dann jeder Fragen stellen, Q&A's und gibt dann sozusagen seine Strategien zum Besten und etc. pp. Und wir arbeiten dann gemeinsam irgendwelche Marketing-Strategien aus oder vertriebstechnische Tipps und so weiter und du gibst dann Feedback aus den letzten Vertriebs-Calls und da sitzen dann weitere 20, 30, 40, 50, 100, 200, weitere Software-Entwickler oder IT-Experten, you name it, die dann fleißig dort sich Notizen machen aufgrund deiner Erfahrungswerte und das Ganze wird auch noch aufgezeichnet, wird im Mitgliederbereich hochgeladen, ja, und dort haben dann letztendlich auch noch sämtliche weitere Mitglieder der nächsten fünf Jahre, können sich die Aufzeichnung rückwirkend auch noch anschauen. Das ist eine massive Wissensdatenbank, du wirst niemals erfahren, wer sich alles dann deine Aufzeichnung anschaut, also es sind ja nicht nur diejenigen, die du aktuell in diesem Call drin sind, wo du quasi sehen könntest, okay, die sind mir irgendwie alle sympathisch, ich haue hier mal irgendwie meine Erfahrungen raus, sondern es wird ja aufgezeichnet und dann schauen sich dann weitere 100 oder 1000 Leute diese Aufzeichnung eventuell an und profitieren davon, die du, Leute, die du niemals irgendwie kennenlernen wirst, ja, das kommt ja auch noch mit dazu, davon profitiert natürlich immens dieses Coaching- und Consulting-Programm und deswegen einer der Hauptgründe, meiner Meinung nach, machen die dann auch achtstellige Summen mit Coaching, ja, also wo letztendlich dann irgendwie eine Firma, die vielleicht 20, 40 Mitarbeiter hat, 5000 Kunden hat, ja, und ich sage das hier nicht aus Neid, ich finde das cool, die können, ich finde es halt nur ein bisschen schade, wenn die dann zum Beispiel Porsche und AMGs fahren, ja, und gleichzeitig halt sagen, okay, wir müssen was gegen CO2 tun, aber gut, vielleicht war jetzt noch ein kleiner Schlenker, aber wie siehst du davon Nachteile, was würdest du, wo würdest du da deinen Mehrwert sehen, würdest du sowas überhaupt jemals in Erwägung ziehen, wenn ich sowas anbieten würde, würdest du es sofort buchen, wie stehst du da dazu? Also, ich bin der Meinung, du bist guter Marketing, ich bin guter Softwareentwickler, ich konzentriere mich auf meine Stärken, ich versuche Softwareentwicklung gut hinzubekommen, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich dann ins, also ich versuche die Sachen, wo ich jetzt nicht so gut bin, die versuche ich auszulagern und dafür habe ich ja genau dich, also da würde mir so ein Coaching nichts helfen, oder nicht wenig helfen, erstmal im ersten Wurf, weil ich jetzt, sag ich mal, mich mit dem Marketingaspekt natürlich auseinandersetzen muss, aber das jetzt nicht so zeitintensiv machen wollen würde, wie es dann wahrscheinlich wäre. Das ist der eine Punkt, weil du hast ja mehrere Sachen angesprochen, das ist einmal Marketing, das ist dann diese ganze Skalierungsgeschichte, diese ganze Coachingsachen, wie gesagt, was mir wichtig ist, ist halt diese Individualität, die halt in diesem Massencoachings wahrscheinlich eher schwierig abbildbar ist, also da konkret auf das Problem einzugehen und das Unternehmen wirklich zu kennen, wie du es jetzt bei mir tust wahrscheinlich, das werden die da nicht so abbilden können. Noch als letzte Anmerkung, wenn ein Softwareentwickler sich mit Skalierung schwer tut, dann sollte er nochmal irgendwie so den Grundkurs Datenstrukturen und Algorithmen sich anschauen, weil eigentlich Skalierung ist ja so die Grundeigenschaft einer Software, die sie eigentlich vertragen sollte. Also ich meine damit halt, dass das Grundmodell in der Software, wenn ich die skalieren wollen würde, ich glaube, da würde ich gut klarkommen. Marketing würde ich auslagern. Genau, also dafür wäre ich, also ich würde jetzt da nicht so den massiven Mehrwert sehen. Mit der Skalierung ist das so eine Sache, also wir haben für uns ganz klar auch den Fokus erst, also die Skalierung halt nur so weit zu machen, wie wir wirklich überzeugt sind, dass es wachstumswert ist. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt gleich eine Skalierung erreichen, einfach der Skalierung willen, sondern es muss halt erstmal im Kleinen auch funktionieren, damit es überhaupt wert ist, skaliert zu werden. Also wenn ich jetzt schon x Probleme habe und ich verdoppel das, dann habe ich zweimal x Probleme. Und die werden auch nicht weniger mit der Skalierung, sondern die wachsen letztendlich mit. Und darum ist es mir eigentlich eher wichtig, sicherzustellen, dass wir eigentlich ohne größere Schwierigkeiten in der Größe unterwegs sind, in der wir sind. Da haben wir im Moment jetzt gerade wieder ein paar Aufgabenstellungen. Wenn die durch sind, dann können wir uns wieder den nächsten Schritt vornehmen, aber dann eben mit freiem Rücken und eben nicht in dem Zwang jetzt irgendwie größer zu werden, weil wir den Umsatz brauchen, weil das funktioniert meiner Erfahrung nach garantiert eigentlich nicht. Ja, lass mich da nochmal einhaken, weil nochmal ganz konkret, mal angenommen, ich setze jetzt ein Programm auf mit Live Calls, habe ich mir schon häufig überlegt, ob das ein Mehrwert, also ich bin immer dafür, was zu machen, was wirklich ein Mehrwert bietet, alles andere ist eigentlich nicht von langer Dauer, es sei denn, man isst McDonalds oder Coca-Cola. Also ich kriege es auch hin, wenig Mehrwert zu bieten und den Markt zu beherrschen. Mal angenommen, ich biete jetzt den Live Call an und da sitzt jetzt, wir machen jetzt unseren, das ist jetzt in sich nichts anderes als wie unser Show Fix, mal angenommen, Freitagnachmittag, eine Stunde und da sitzt aber jetzt nicht nur du drin, sondern noch 10, 20, let's go crazy, 50 weitere Kunden. Das sind Softwareentwickler, manche vielleicht komplett Exoten, machen irgendwie vielleicht noch Cobol oder was weiß ich, oder irgendwelche Python-mathematischen Formeln oder was, was mit dir eher weniger zu tun hat, obwohl du ja eigentlich irgendwie auch alles kannst. Das ist ja auch wieder das, wenn du so weit jemanden drin hast, der irgendwie alles könnte, weil er eben so super ist, dann ist ja letztendlich da sowieso überall Überlappungen. Aber mal angenommen, da sitzen jetzt noch 20, 30 Leute drin, würdest du, und dort werden genau die gleichen Dinge besprochen, die wir so auch besprechen, oder Fragezeichen, ja, also wo siehst du da die Grenze, weil du willst, da sitzen ja theoretisch auch Mitbewerber drin, ja, und desto hochgradig spezialisierter, also, ja, wir sind ja wieder beim Thema Experte, ja, also wenn ich jetzt irgendwie da Gartenbau gestalte, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, das ist ja auch wieder beim Thema Experte, ja, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir uns so schön da reingeräumt. Ja, den muss man aufladen. Ja, ich antworte noch, weil vielleicht kann man... Achso, okay. Also grundsätzlich bin ich durchaus für einen Austausch. Ja, ich antworte noch. 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 Ja, ich antworte noch.